Hallihallo Freunde und herzlich Willkommen! Die moderne Sklaverei findet weiter statt bei uns hier im Part. Mit dabei ist mein persönlicher Leibeigner, hallo! Hallöchen! Und die anderen beiden Semis, hey! Hallo! So, wir sind hier ordentlich am Basteln und Bauen. Das wird alles ganz schön werden hier. Joscha! Komm her jetzt hier! Weißt du was der gerade macht? Der hat gerade Blümchen gepflanzt. So langweilig ist dem schon. Wahnsinn, du! So, hast du eine Spitzhacke? Ja, hab ich. Ne, ich meine eine normale Hacke. Ja, hab ich. Kann ich eben holen. Ja, und dann kannst du hier den ganzen Acker umflügen, bitte. Danke. So, ich muss ja jetzt nach unten arbeiten. Was? Oh! Was ist denn? Ich muss so viel Scheiße machen. Scheißen musst du? Ich finde meinen Job cool. So, wir bräuchten mal wieder ein bisschen Weizen. Gibt's nicht. Zu teuer. Wie sieht denn der Acker aus? Oder macht das der Praktikant gerade? Soll ich Bohnenmier vorbeibringen? Ach, der macht's gleich. Ich kann ja Knochen vorbeibringen und daraus könnt ihr Bohnenmier machen. Der Acker ist ja noch nie mehr fertig. Der kann man ja nicht ernten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, der ist ein bisschen langsam. Wer? Der Praktikant. Wer? Ich? Ja. Oh, ich bin schnell. Ich bin schon mit der obersten Etage fertig. Oh, ich wollte das... So, mach mal wieder ganz kurz. Au! Hat jemand was zu erzählen? Jede Menge. Denn erzähl. Ich will erzählt haben! Ich will, dass jemand was erzählt. Oh, mein iPhone hat gerade vibriert. Das heißt, dass ich wieder irgendwas nachrichtenmäßig bekommen habe. Vielleicht bei WhatsApp? Nö. Irgendwas wollte ich jetzt bauen. Ach so, ja. Minecarts. Alzheimer, lässt grüßen. Ah, ich habe noch einen Minecraft. Das sind dem Alter. Unglaublich. Wahnsinn. Kennt ihr Pokémon Feuergrün? Pokémon? Ach, scheiße. Feuergrün. Nö. Da sagt dieser Professor Eich da auch, oh, scheiß Alzheimer. Das ist so eine Verarsche, voll lustig. Aha. Haben wir wieder was gelernt, Blaze. Vier alten Säcke. Keine Ahnung, Pokémon ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weißt du? Guck, bei Pokémon, ähm, sagt hier dieser Professor da, ähm, vergisst er immer die Namen von dir. Und dann musst du es immer sagen, ne? Und in der Verarsche sagt er, ähm, scheiß Alzheimer. Das war so ein, grad ein, blum, tsch. Aber ich wurde angeschrieben. Ah, mein Bruder ruft mich grad an. Geil. Auch gut. Oh, das ist geil. Ich bin geil. Ist der Fahrstuhl jetzt bald mal fertig? Ich? Ähm, die oberste, ich überleg grad, was ich, ach so, ja, ähm, Leitern. Minecats immer noch. Nein, Leitern, die Minecats hab ich schon. Wahnsinn. Das dauert ja Ewigkeit, ne? Ja. Ja. Der hat's einfach nicht drauf. Ne. Ah, ah. Also Eisen habt ihr dann noch nicht... Morscha, hast du alles umgegraben da oben? Ja, hier fehlt noch Wasser. Ja. Ja, das können wir gleich machen. Komm jetzt erst mal runter zu mir. Der hat gar nix umgegraben. So, und zwar... Ich baue hier grad diese Rillen. Siehst du das? Ja. Da kommt ja Wasser rein. Und was meinst du, was der Rest hier werden soll? Ich glaub, du darfst Rad. Wird das ein Urinale? Richtig Erde. Also, alle Steine durch Erde austauschen, bitte. Och ne. Los geht's. Och se. Z, Z. Zügig, zackig. Ich muss erst mal farm. Ne, ich muss ja nix farm. Ja, nur was musst du farm? Ja, Erde. Farm, farm, farm. Okay, gern. Bleib schön hier. Ich hab aber Erde, dann brauch ich die nicht farm. Das geht dann schneller, verstehst du? So, zack, zack. Könnt die Sonne mal ein bisschen schneller aufgehen? Aua, du. Ich muss hier jetzt... Blöde Skelett. Ich farm jetzt, Moment. Ja, vor allen Dingen Erde. Wow. Okay, nix. Wow, wow. Was denn? Haben sie Extreme? Nehmen sie gewohnheitsmäßig Drogen, Alkohol, Aufputschmittel? Ja. Vielleicht, du bist doch als Beruf, das willst du ja immer nicht sagen. Du bist doch bestimmt Polizist oder sowas. Ne, ne, du weißt doch. Hat doch schon einer von deinen Abonnenten geschrieben. Ich hab hier ein bayerisches Bordell. Ach ja, stimmt. Ja, das hab ich auch. Nur kein bayerisches auch. Aber natürlich. Ne, aber kein bayerisches. Nicht mal Cheeps. Kein bayerisches, ich hab ein hannoveranisches. Ich wohne in Hannover. In Hannover gibt's Bordells? Ja, bei uns, äh, fünf Minuten von mir entfernt, wo ich wohne. Gibt's ein Poffen russisches. Äh, warum steht hier ein Enderman? Den hab ich da hingeschickt, den hab ich da hingeschickt, damit er euch auffrisst. Ja, macht er wahrscheinlich auch bald. Ui, ich hab einen Zombiespawner oder sowas gefunden. Einen Spinspawner. Ja, lass doch eine Falle draus spawnen. Den hab ich gewollt und das ist mein Spinspawner. Bau du deinen Aufzug weiter. ZZ, zügig, zackig hier. Ist ja Wahnsinn hier. Immer dieses Rumgetrolle. Amersche. Amersche. Ich hab keine Treumaske auf. Im Gegensatz zu einer anderen Person. Joshua. Ähm, Joshua, pass auf deinen Schinken auf. Du musst auf deinen Schinken aufpassen. Ah ja, falls er wieder schmilzt, ne? Ja. Ich schmalze, der Schinken hat's überstanden. Ja, alle, die nicht wissen, was sie mit Schinken meinen, Joshua, du kannst ja nochmal erzählen. Mein Laptop wird so heiß, dass er immer wieder abkackt ist. Deswegen hab ich einfach mal einen Schinken runtergelegt. Kalt. Einen tiefgekühlten Schinken. Ja. Unglaublich. Und der Aufgetaute, der wird dann verspeist gleich. Ne, da liegt wieder ein Gefrierdruck. Hm, lecker. Hm. Der mag ja dann schmecken. Schon mal vorgegart. Ja. Ähm. So, dann gehen wir wieder mal zu unseren kleinen Tieren. Ich bin immer höher. Ganz normal. Oh, meine Freunde. Autsch. Guck mal. Seh dich nicht. Da oben. Wow. So, komm mal her, ihr Schweinchen. Nein, geht ab. Was machst du grad, äh, Joshua? Ja, sieh mir zu, wie die Schweine Liebe machen. Ich muss ja mal sagen, mein Job ist hier nicht, äh, ungefährlich. Nein, ich hab mir grad Holz gefarmt und geh jetzt rein. Ausreden. Was willst du denn mit Holz sonst Erde holen? Ja, um Erde. Ein Skelett. Da ist ein Creeper, den muss ich töten. No. Ja, lasst mich raus, ihr Schweine. So, davon zwei. Uh, voll drei Schüsse tot ist da. Soll ich mir jetzt wirklich vielleicht nochmal auf die Suche nach einem Rindvieh begeben? Nein, ich lass es, Blaze. Komm mal runter. Und dann? Soll wir den Acker fertig kriegen. Komm mal. Boah, wie viele Creeper gibt's hier? Komm, rutsch mal. Blaze. Ja, ich komm schon, die Schafe lassen mich hier nicht raus. Blaze. Jaha. Kommst du? Jaha. Wann denn? Oh ja, Erdefahrt. Später. Nicht später, jetzt. Warum? Komm schon. Fertig werden, Blaze. Los. Geronimo. Was machst du eigentlich hier unten? Das wird ein Acker. Noch mehr. Weißt du, das verstehe ich nicht. Ich will hier eine automatische Farmmaschine bauen. Und du baust hier noch 10.000 Ackerflächen hin. Bau den Acker fertig. Und wie? Hast du genug Erde? Ich habe keine Erde. Ja, pass auf. Die Rinnen sind gemacht. Und der Rest, der wird jetzt ausgetauscht durch Erde. Ah, ja. Dann mache ich mal das Wasser. Was? Nie, du sollst die Erde machen. Ich habe keinen Platz, um Erde aufzunehmen. Ah gut, dann mach Wasser. Hast du einen Eimer mit? Ja, vier Stück. Und? Ne, drei. Aber das reicht. Mach aber nur da Wasser, wo auch schon Erde ist. Jawoll, Chef. Ich glaube, ich habe mich in der Höhle verlaufen. Oh ne, hier geht es weiter. Du sollst den Fahrstuhl fertig machen. Ja, wenn da Zombies und Skeletten sind, die mich töten. Ausrede. Töten wollen sie mich töten. Ja, geben wir es verdient, ne? Ich habe das nicht verdient. Oh, klar hast du das verdient. Hi. War das wieder? Das zeigt mir jetzt mal langsam. Oh, kaputt. Ähm, das ist hier ein bisschen doof. Wir hatten was hier so komisch gebaut. Ich glaube, Schiebs war es. Hä? Ich habe damit nichts zu tun. Nur weil ich intelligent bin. Ganz mit Z geschrieben. Ja, ich weiß. Ist mir gerade auch so mitten beim Schreiben aufgefallen. Mitten beim Schreiben? Dann konntest du es noch korrigieren. Ja, knapp von Abtreiben. So kann man nicht arbeiten. So raus hier. Natürlich auch super, wenn hier quasi unter der Pissrinne. Auch super, wenn ich falsch gebaut habe. Äh. Keine Erde ist. Äh. Och ne, ich habe keine Lust mehr. Weißt du, was ich gerade sehe? Was denn? Die Rinnen sind alle ein Stück zu weit rechts. Ja, ja. Braucht ihr eine Spitzhacke? Ne, ich brauche Arbeitskräfte hier. So, wir machen das jetzt alle fertig. Ja, also ich habe... Kommt her, Freunde. Wir machen das jetzt fertig hier. Ich auch, oder was? Aber natürlich. Wir das fertig haben. Äh. Ach du Scheiße. Ach ne. Los geht's. Okay. Was müssen wir denn machen? Also wir machen jetzt hier die komplette oberste Schicht komplett weg. Okay. Ähm, ich habe zehn Diamanten im Inventar, ne? Ja, ist egal. Weg machen. Okay. Ähm, wo sie irgendwie... Alles was keine Erde ist. Die Erde kann da bleiben. Okay. Hast du Schaufeln? Ja, ne? Ja, alles klar. So, aber ein bisschen hier... ...Arbeitsstimmung aufkommen lassen. Ja, du musst da bleiben, ne? Aber wieso hast du so schöne Trommelmusik, die du spielen könntest? Ne, wieso? So, weißt du, so wie auf dem Sklavenschiff. Ach so, wie auf so einer römischen Galere oder sowas. Oh, aber natürlich. Dum, dum, dum. Der hab ich nicht. Der soll da bleiben, ne? Der soll da bleiben, richtig? Willst du da bleiben? Dort. Ja, richtig. Oh, Scheiße. Dann habe ich jetzt was falsch gemacht. Aber nur ein Block. Ach ja. Da ist jetzt jemand was. Ich höre das. Cajun, hast du das Knistern gehört? Vielleicht war das ja Schinken. Wollte ich auch grad sagen. Der Schinken schreit um Hilfe. Lass mich raus. Hier ist so warm. Lass mich raus. Hier ist Lehm. Ich hab Eisen. Du Tier. Ja, ich weiß. Aber ich hab keinen Platz im Inventar. Ich hab auch mal im Kommentaren von deinen Videos gesehen, dass jemand geschrieben hat, dass man dir mal sagen soll, dass Kohle nicht wertvoll ist. Doch, denn da ist man Reis. Kohle ist sehr wertvoll. Also Kohle in Minecraft. Hat da mal einer geschrieben. Ungelogen. Hat wirklich mal einer geschrieben. Ist egal, ob es wertvoll ist oder nicht. Aber wir brauchen Kohle. Wismaragde. Nicht den Dirt wegbauen. Joscha. Nicht wegbauen. Wie breit sollen das hier eigentlich werden? Die, was soll wie breit werden? Nee, du wirst ja im Prinzip die Pisserinnen auf gleicher Position wie oben haben, oder? Richtig. Ja, dann mach ich jetzt mal was schnell. Klingt schon so einladen. Die Pisserinnen. Ja, es sind Urinale. Kaden, du brauchst zu langsam. Das sind das. Würde ich sagen. Viel zu langsam. So, dann lassen wir die mal durchlaufen. Ähm, ich hab Hunger. Das ist mir doch egal. Geh arbeiten. Kauf dir einen Slacker. Was machst du denn da? Warte, Blaze. Warte das Scheiße zu da. Wieso? Dazu. Seid auf mich so. Du amüsant. Oh, ich wollte euch doch noch mal fluten. Nein, bin ich geflutet hier. Du willst doch auch mal gewaschen werden. Nein, wir stinken gerne. Verfrei mich. Verfrei mich. Dann mach ich's eben anders. Ha, ha. Was wir fertig haben, dann. Hier, Jungs, weiter arbeiten. Joscha. Äh. Und was du jetzt mit dem Fahrstuhl? Ich war doch schon da. Komm, alles wegmachen hier. Fahrstuhl machen wir dann auch gleich zusammen fertig. Du kommst ja nicht zur Potte da. Ich hab schon den obersten Teil. Und ich muss nicht mehr viel. Das ist so einfach. Komm schon. Wenn nicht, hab ich morgen auch noch Zeit, ne? Nö. Mal eins. Oder? Was? Alter. Oh. So, Blaze? Ja? Gehst du schon mal Erde holen? Tja, ich wollt's grad sagen, ne? Aber dann muss ich vorher erstmal ins Haus und hier den ganzen Schund abladen, den ich dabei hab. Joscha, was machst du da? Jetzt ist da Wasser drin. Das warst du. Das warst du. Jörg. Joscha. Mensch. Das geht doch nicht. Ja. Tito. Schon mit deiner Maske alles verrät. Achso, ja, wartet mal kurz. Stopp. Ich hab Wasser gefunden. Also hier, der Sand ist noch weg. Aber nur bis hier. Okay. Also bis, bis hier. Und hier ziehen wir dann die Wand wieder hoch. Und füllen das hier alles aus. Also hab ich das hier alles umsonst zum Pferd. Aber natürlich. Geil. Lol. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. So, mal hier kurz die Sachen aus dem Inventar packen. Ähm. Das hier, das hier. Ähm. Sieht aber nicht sehr schön aus. Du gehst jetzt Erde holen. Von. Ja, da sind wir dabei. Zehn. Ja. Hier warte, schenke ich dir. Liegt da. Soll ich aus der Höhle Erde holen? Ne. Da sind über drei Stacks. Da sind über drei Stacks. Ja, dann hol sie. Okay, wie komme ich da hin? Laufen. Okay. Dä dä dä. Dä dä dä. Darf ich das machen? Den geh mal? Nein! Ich mach mir denn mal ein Brot. Ich weisse während der Bissen... So. Es dunkelt. Denn im Dunkeln ist gut munkeln. so ja hast du gerade was gegessen nein doch sein schenken hat er gegessen ich höre doch den schenken ich sag ja der wird sich nebenbei hier am aufgetauten schenken bedienen und es wird schon wieder dunkel der mond steigt auf in der dunkelheit darf ich nicht mehr rausgehen sagt meine mama um 12 muss ich im bett sein also am wochenende darf ich so lange auf den wich will ja außer sonntags weil da nichts dazu ist da muss er dann um sieben uhr im bettchen sein noch das ist um halb um halb sechs das ist viel viel später irgendwie hier kommen also rindvieh rein nicht rindviecher sondern rindvieh ja dann kommst du dich gleich mit rein stellen okay aber ich muss erst mal durch holen jede menge warte bevor ich das mache solltest du lieber das als das so der place place ist fertig haben erschrocken moment ach so ich bring dir eine spinne mit ne bitte jetzt muss ich da kannst du selbst spielen und ist tot scheiß drauf und mir neue freunde tschüss place auf wieder schauen brauchst du brot ich möchte dein gammelschinkenbrot nicht haben ich habe mir aber die hände vorher nicht gewaschen und davor habe ich mir noch in der höhle videos angeguckt youtube videos das sind jetzt aus mit der erde wenn du mir hier sohn so ein bulldog geben würde ist ne und wurde da würde das ganze viel schneller gehen jetzt möchte auch wohl doch gelett mit mir spielen sollten diamanten mitbringen ach so da ist das also der cation deine markierung war ich praktisch weil jetzt weiß ich wo das ist ja siehst du und das war das kommt bei mir geflogen setzt dich nieder auf mein hirn und ich schon wieder einer ein hund komm da geh hier hoch die creeper die sind heute mal wieder so nett und ich habe und ich habe und da ist ja noch ein ich habe ja noch eins und dings gebaut für den hund aber bei mir wollte er nicht mitgehen da hatte keine lust nicht hier ist noch ein hund den willst du den haben ja dann musst du hier in richtung bringt das so sein die denn einfach nur sitzen oder was ja die konnte in das in das in das gatte hier einsetzen neben den schweinen ok dann muss ich erst mal die knochen holen ja kriegt doch schnell ein skelett warum so umständlich wenn es einfach auch geht das wäre das ist die umständliche der laufend so wie das gelte rum wusch 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 aber ich war da auf der schadze aber ich finde es schön dass mit jury stolz laufen ja dafür nicht nicht erfüll dann wird die auch meine pause wie lange über die schlau drei Jahre so um die um die 17,18 so die erste Ladung Erde kommt gleich so was eintöniges ich kann mich noch daran erinnern dass das in der Nachricht hieß du hast eine Aufnahme ja also wenn ihr nicht wollt könnt ihr auch gerne gehen wir tun das ja noch für euch was wollte ich noch mal holen ach so ja dort und die Knochen und vergisst den Hund nicht ja warum ich sagte Knochen aber ich möchte keinen lassen und sonst stinkt die Bude wieder dann ist direkt stinkt das sowieso schon noch nicht mehr für uns aufgeräumt nicht mehr für uns aufgeräumt und warum auch ist doch eine Männerbude hier unakzeptabel ist das ja hallo Creeper stop Creeper nein nicht explodieren bitte oh es ist explodiert leck ähm ich brauch Glasblöcke ein paar kriegste nicht hab ich nicht jetzt kommt erstmal Erde hier oh nein bleib mal da sitzen Hundi 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 jetzt noch location wo bist du denn ja hier wo denn hinter der Steinmauer was wo hier ist kein Creeper oh nein oh what the fuck ein Skeleton ach da unten und was wird denn das wird das hier der Atombunker so ähnlich ich brauch Glas Moment hier ist erstmal wieder ein Skelett das mir ins Kreuz schießt habt ihr ein paar Steine ja ich Steine habe ich genug hier guck mal Hundi du kommst jetzt mein nee 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 Leys was machst du da du hast gesagt du machst das Feld fertig wir haben jetzt ihr habt jetzt zwei Hunde ähm Leys ich hab ihn schon eingesammelt stresst doch nicht so eine Hüte was liegt denn eigentlich da hinten ja für Fläschchen auf ihn auf ihn das ist aber kein Alkohol der da hinten liegt oder ähm kommt drauf an ist das meine Flasche weißt du eigentlich genaue Occasion wo hier oben die Dinger sind ja ok ja ich frockne nicht dass ich jetzt zubaue das siehst du ja wow wenn du nach oben guckst siehst du dir das sicher nein Hundis ja viel mehr Hundis Hundis oh mal schauen ob mein Dreck hier reicht ich glaube irgendwer ist die Tee ja ich bin das nicht vielleicht kommt das nur vor wegen deiner Flamme als es so heiß ist das kann sein deswegen kackt wahrscheinlich auch dein Laptop immer ab der Schinken hält nicht lange mit hat noch jemand Steine ja ich immer noch ja und wann kommst du ja ich bin fast da oh jetzt fängt es auch noch an es regnet verdammte Scheiße oh noch mehr Leck super das ist gut für den Acker aber nicht gut für die Hunde die stinken äh boah Blaze man sieht richtig wie du hier abgegraben hast weil jetzt hier erst Gras 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 und plötzlich bam kein Gras tja sowas ne stirb du scheiß Zombie keiner hat dich lieb oh Zombiefleisch Creeper was und ein Enderman wow hast du schön er läuft nicht mal zu mir du willst Nom Nom er bekommt Nom Nom äußert Tag hey wow ein Creeper ich bring euch ein Creeper das arme Feig ach ne im Ernst ich will sehen ich will sehen ich will sehen oh ich hasse Praktikanten Wahnsinn tja das wird jetzt das Problem für die morgen ist ihr seid schon gestresst was morgen kommen schon wieder Praktikanten Cajen ja morgen gibt es den zweiten Schwung ok wann denn eigentlich wusstest du das noch gar nicht nö um 17 Uhr 15 Uhr das sind ja die Gewinner dann hoffe ich dass ich da da bin noch ein Creeper noch ein Creeper was was sagst du Blaze ich weiß nicht ob ich da schon da bin 17 Uhr ja 17 Uhr schon ja 17 Uhr ist es morgen ähm Blaze Blaze du solltest die Hunde neben den Rindviechern ne jo ne neben den Schweinen der kleine Stall der hier offen ist also da wo nix steht wo keine äh ja neben den Rindviechern ja genau also da wo kein Schild drüber ist ja ok ich hab nur noch 200 ne ist ja in Ordnung es waren mal 4 hoho du Hunde Tier Schänder ich lebe gefährlich Tier Schänder genau das arme Tier ah da ne da sitzt noch einer dann ist nur einer gestorben was machst du denn da Hundi lebst ja gefährlich soll ich den jetzt auf dem Feld sitzen lassen bring ihn um nein ich bring ihn nicht um komm jetzt umbring euch euer Dirt hat jemand Sandstein von euch ne ich hab aber ja 32 ja 17 her damit ähm kann das sein dass ich jetzt äh wo ich bin hier bei Blaze bleib ich jetzt auch brauchst du noch Dirt Blaze ne Moment glaub ich nicht und wie habt ihr euch jetzt das Hundeübergeben vorgestellt geht nicht die sind nur zur Deko da boah ey uhu ah ein Necrophiler woher kennt ihr solche Wörter unglaublich ähm Internet wahrscheinlich achso ähm das ist Joshua achso hier bist du warte was wolltest du mit Sandsteinen na nach hier ups ich brauch nichts mehr reicht schon danke dann ist das jetzt meine doch gib her mach die Erde da weg das heißt bitte danke Sandstein bitte da liegt noch welcher von mir von mir ne den hat er schon aufgeregt das ist nicht meiner stehen geblieben nicht weggehen jetzt bleibt der da liegen tja der liegt da immer noch ne ja ja ich will mir gleich wenn ich brauche und immer noch falls ich ihn brauche so Falt ist fertig komplett ja da hab ich sogar mitgeholt hast du das auch schon drin nein das kommt jetzt noch umgegraben das Ding wow creeper oh nein ey das ist doch scheiße was ist passiert ein creeper wo kommt der her der sagt der kommt was an liebe Natur ich helfe dir jetzt mal ein bisschen ach wie schön das stopp 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 du weißt doch gar nicht wie wie schön dass heute die Creeper mich in Ruhe lassen es gibt doch nichts schöneres da 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 Sandstein Sandstein geht da rum ne jo danke bitte Blaze hast du den Hund schon gesehen bitte hast du den Hund schon gesehen das ist ein ganz sücher ach Hund ist rund nein das ist ein ganz sücher in der 1.4 kann man sogar seine Lederrüstung färben ja in der 1.4 kriegst du sogar Köpfe von Skeletten und weiteres ich weiß voll übel da kannst du sogar die Hundebänder färben ja was kann man da die Halsbänder von den Hunden habt ihr noch Steine ja die habe ich auch warte ich komme das ist ja richtig aber mit meinem Hund ne ich weiß nicht PvP ist ja aus und wenn ich die Schlage greift die dich dann trotzdem an keine Ahnung ganz sücher ne ganz sücher ich brauche Steine da 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 kriegst du nicht ich will mithelfen einfach nur ausfüllen blaze bist du noch am Feld nein ich habe mich hier schlafen gelegt warum darum auch ich muss mal ein bisschen rasten weiß der er macht Joshua nach altes Semester und so guck mein Hund liebt mich das ist mein Hund jetzt ist das meiner guckt ihr das nein das ist meiner wehe du tötest ihn geh weg von ihm komm her wow 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 nein nein wow wow komm schnell nein mein wow wow ja ja so kann es gehen so wollt ihr noch weiterspielen ja dann arbeitet so einmal hier mit Stein bitte wie lange möchtest du diese Folge denn gestalten was die nächste ne wie lange möchtest du diese Folge gestalten ja gleich stopp 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 wir sind bei ähm 28 28 28 schon in Gedenken an wow wow kannst du hier an Gedenken an wow wow stehen haben ach das Ding weg aber wow wow das muss da noch hin Joshua keine Freundin mehr Freundschaft gekündigt ich finde das überhaupt nicht lustig so jetzt brauchen wir noch ein episches Glasdach das könnt ihr alleine machen dann könnt ihr ich den Aufzug ich hab den Aufzug fertig okay tschüss ich nehm aber einen wow wow mit ne tu dir keinen Zwang an Joscha so wir beenden den Part jeee wir sehen uns dann morgen wieder wenn es wieder heißt schiebstes Kugel und so weiter ich sag tschüss 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 bye